Um Deutschland sicherer zu machen, riskieren sie täglich ihr Leben. Man kann jeden Fehler nur einmal machen bei uns. Überlebt man meistens nicht. 5000 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden jährlich gefunden. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass es zu einer Selbstsituation kommen kann. National Geographic begleitet diese außergewöhnlichen Helden im Alltag. Eisernes Erbe. Bombenunter Deutschland. 1. September, 21 Uhr. Auf National Geographic.